ok so das haben wir jetzt so 90% ist jetzt eigentlich die Hühnerfarm fertiggestellt das lässt sich jetzt leider nicht vermeiden dass es jetzt regnet dann werden wir hier zwei trichter hin machen würde ich sagen und dann kann das in eine kiste rein tröpfeln sag ich jetzt mal ich dachte eigentlich dass die kleinen Hühner ersaufen wenn die da ins Wasser gehen aber das sieht wohl nicht jetzt nicht so aus die wachsen glaube ich sogar ok dann tun wir doch einfach mal hier auf dem Wasser hin vielleicht klappt das ja schon so wie ich das möchte das wäre natürlich hervorragend ich bin gespannt wenn die hier fertig ist ob das damit funktioniert ah Mist da so gut ein einmal müssen wir laufen glaube ich einmal war das glaube ich so laufen wir ein zweites Mal ja einige haben sich vielleicht schon gewundert ich werde ich habe ich habe schon einen kleinen blog aufgemacht das heißt Kaffeepause gleich mal Werbung hier machen da werde ich ab und zu mal ein paar blogs rein machen oder wie flog oder wie ihr das auch immer nennen wollt und fertig so dann hole ich mir gleich noch mal ein bisschen wasser ich hoffe das funktioniert weil sonst haben wir ein kleines problem ich glaube das hat jetzt funktioniert ja überall stehen das Wasser dann ist das in Ordnung dann können die Hühner ihre Produktion schon mal anfangen und wir werden hier zwei Trichter rein machen und hier eine Kiste und ich greife drauf Vor dach wär nicht schlecht eigentlich und mache sie auf jeden Fall noch zu dann komme ich wenigstens im trockenen und hier ist тоже wenigstens im trockenen mal So, jetzt muss man auf jeden Fall die Trichter machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die Trichter macht. Ich dachte eigentlich mit Red Star und etc. Aber ich glaube, das war eine Kiste und Eisen. Da muss man einfach mal nachgucken oder erforschen, beziehungsweise einfach austesten. Oh, jetzt bin ich in der Bude schon wieder warm. Ich hocke hier gefühlte 30 Grad und ich schwitze. So, wo haben wir den Eisen? Da haben wir die Hälfte. Das Wasser hier kann eigentlich auch weg. Wasser weg, Erde weg, Kruchstamm weg, Weizenkern weg, Erde weg. Jetzt brauche ich eine Kiste. Holz brauche ich. Holz. Und dann, ich glaube, eine Kiste pro Trichter. Dann machen wir jetzt gleich mal zwei Kisten erstmal. So, und jetzt, ich glaube, es war so leer. Nein. Dann waren es alle. Auch nicht. Ich glaube, ich glaube, ich muss noch mal ganz schnell in die Wiki reingucken. Ja, also, bitte bleibt hier dran. Ah, warte mal. Dann wärst du so vielleicht. Nee, dann auch nicht. Aber mit einer Kiste hat es auf jeden Fall zu tun. Das weiß ich. So, wir tippen mal ein. Mein Graf Wiki. Und dann natürlich suchen wir den Trichter. Trichter. Da haben wir sie noch. Die Trichter werden wie folgt gebaut. Ah, also doch, wie ich sie gehabt habe. Nur halt, dass unten drin noch was reinkommt. Gut, also, zwei Stück. Zwei Trichter. Gut. Dann machen wir jetzt noch zwei Kisten. Wollen wir mal nicht. Na ja, klar. Ich brauche aber zwei Kisten. Und das verdammte Holz. Das verdammte Holz. Verdammt. Verdammt sollte es sein. Ich glaube, das reicht sogar. So. Das reicht. Gut. Und wir gehen wieder rüber. Und dann haben wir unsere Hühnerfarm. Eigentlich wäre unsere Eierfarm eigentlich jetzt schon fertig. Also, kann ja nicht mehr viel passieren. Ich weiß gar nicht, ob ich zu nah oder zu weit weg bin vom Mikrofon. Eben seitdem eben mein PC da sich verabschiedet hat, hat sich da ein bisschen was verändert. Und ich werde dann auch noch ein paar Probestimmen machen. Außen rumlaufen. Und dann langsam müsste ich doch mal hier das Wasser aufführen. So, was ist der Regen? Ein Trichterchen. So, und das war, wenn man den nach unten setzen will, dann... Nein. So, wie war das? Ich glaube, so unten, ne? Ich glaube, in die andere Richtung. Mh... Muss ich jetzt doch so irgendwas dran machen hier, oder was? So kotzen. Einmal. Zweimal. Halt, das hätte ich dann fast wieder abgebaut. Dann kommen natürlich die Kisten da drunter. So, die nette, kleine Eierfarm wäre fertig. Zwar nicht schön, aber selten. So, dann machen wir hier erstmal auch provisorisch zu. Und dann können wir uns getrost zurücklehnen. Da sind schon mal ein paar Eier. Jetzt schlagen wir die Eier nochmal oben rein. Ich will gucken, ob die Küken nicht wirklich doch vielleicht kaputt gehen. Äh, nein. So. Sorry. Das reicht für den Anfang. Gut. Dann haben wir jetzt erstmal unsere süße, kleine Eierfarm. Wo wir gleich ein Schild dran klatschen. Man ist rechts. Eierfarm. Only... Ex. So. Ex und hopp. Das haben wir dann schon mal. Die nächste Erweiterung ist, dass... Äh... ...unter... ...dieser Kiste... ...wahrscheinlich wird es eine andere Kiste sein dann. Äh... ...noch mal Trichter sind. Ähm... ...und dann geht es ein Stockwerk tiefer und... ...oder ich werde nur eine Kiste Eier hier machen. Und dann könnte ich ja unten drunter eine Brathähnchenfabrik bauen. Das wäre doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gut. Jetzt gehen wir einfach wieder ans Trockere, weil ich bin schon komplett durchgeweicht. Und dunkel ist es ja auch. Was war das? Ah, das war ein Enderman. Ein voll Enderman. Der Enkerman Enderman. Aber... ...ich sehe jetzt keinen. Klug, 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 klug. Also die Regenperioden finde ich zwar ganz nett, aber... ...die müssten eigentlich nicht immer sein. So. Jetzt sind wir wieder da. Wir haben gar nicht so viel verbraucht. So, wir würden jetzt einfach mal sagen... ...und wir müssen jetzt einfach mal abwarten. So, wir müssen jetzt mal was zu essen. Ja. Wir wollten eigentlich noch das Glas und noch mal füllen. Sandstein. Sand. Sand, was ist das? Ja, kein Holzbretter. Wir setzen mal... ...den Sand da rein. Ah, das ist fertig mit Lava. Okay. Dann... ...einmal raus. Dann da wahrscheinlich auch, ne? Ja. Aber das macht nichts. Wir werden uns einfach die Pole schnappen, wo wir noch irgendwo rumliegen haben. Und werden mit dieser natürlich feuern. So. Wir feuern jetzt den Sand. Er wird fristlos gefeuert. Gut. Ja, der Regen wird wahrscheinlich so schnell nicht mehr aufhören. Ich frag mich eigentlich, wo meine Wolle hin ist. Beziehungsweise meine Spinnennetze. Und da haben wir noch ein bisschen Glas. Geh wir doch grad noch kurz runter. Und setzen noch grad mal schon das Glas noch ein in die offene Lava. Damit wir da nicht stolpern oder hinfliegen. Wir waren doch da. Okay. So. Und da könnten wir auch noch Lava reinmachen. Wenn wir natürlich ein Eimerchen gehabt hätten. Na? So. So ist das Leben. Lass es kleben. Mit Garth. Wo ist jetzt der Eimer? Da ist noch mal ein Lasser. Die zwei sind leer. So. Und wir hüpfen jetzt mal runter. Beziehungsweise ich mach es dann. Doch wir hüpfen jetzt dann mal runter. Und machen schnell. Diese netten kleinen Schächte zu. Einmal auf jeden Fall noch Lava. Lava, Lava. Okay. Gut. Das hätten wir auch geschafft. Müssen wir das selber nochmal da hinten machen. Aber das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme. Weil ich werde mich jetzt hier gleich mal verabschieden. Und sagen. Hey. Bis bald wieder. Wenn es heißt. Let's Play Minecraft hoffentlich. Mit einem kompletten neuen PC. Oder eben mit. Ja. Mit diesen Komponenten geht ja eigentlich auch. Ist ja ein AMD Quad Core. Wo eigentlich jetzt fast standardmäßig jeder drin hat eigentlich. Und dann würde ich einfach sagen. Ich verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen. Denkt an Abonnieren. Und natürlich liken. Denn nur einer, wo liked, ist ein glücklicher Liker. Oder andersrum. Da muss ich mir noch was Nettes einfallen lassen. Ihr könnt mir ja mal ein paar nette Sprüche für das Liken reinsetzen. Okay. Gut. Dann bis bald. Ciao. Ich setze mich noch hier irgendwo in die Ecke rein. Und bis dann. Ciao.